Der Freistaat Thüringen, TYNNAA ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Mit rund 2,2 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 16.000 Quadratkilometern gehört es zu den kleineren Ländern der Bundesrepublik. Landeshauptstadt und zugleich größte Stadt ist Erfurt. Mit Jena liegt eine weitere Großstadt in Thüringen. Als Binnenstaat grenzt Thüringen weder ans Meer noch ans Ausland. Nachbarländer sind der Freistaat Sachsen im Osten und Südosten, Sachsen-Anhalt im Norden und Nordosten, Niedersachsen im Nordwesten, Hessen im Westen sowie der Freistaat Bayern im Süden. Mehrere Orte im Nordwesten des Landes erheben für sich den Anspruch der exakte Mittelpunkt Deutschlands zu sein. Der Name Thüringen tritt als Gebietsbezeichnung seit dem Thüringer Reich im frühen 6. Jahrhundert auf. Danach bildete Thüringen kein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet mehr, wenngleich es den Landgrafen von Thüringen für relativ kurze Zeit gelang, große Teile der Region zu kontrollieren. Dennoch blieb der Name für die Landschaft erhalten und wurde 1920 aufgegriffen, als sich sieben Freistaaten zum Land Thüringen vereinigten. Ehemals preußische Gebiete wie Erfurt und Nordthüringen kamen 1945 hinzu. Nach der Auflösung der Länder in der DDR 1952 wurde es erst 1990 aus den drei Bezirken Erfurt, Gera und Suhl sowie einigen angrenzenden Gebieten wieder gegründet und ist heute in 17 Landkreise sowie 6 kreisfreie Städte gegliedert. Seit 1993 trägt Thüringen wie Bayern und Sachsen offiziell den Namenszusatz Freistaat, was aus den historischen Landesteilen begründet ist. Die Wirtschaft Thüringens konnte sich nach dem Umbruch im Zuge der Wiedervereinigung in der Zeit nach der Jahrtausendwende stabilisieren, so dass die Arbeitslosenquote heute nur noch etwa ein Prozentpunkt über dem Bundesdurchschnitt liegt. Innerhalb Thüringens ist hierbei in den letzten Jahren eine Diskrepanz zwischen dem Rest des Landes und der Planungsregion Südwestthüringen zu erkennen. Diese entwickelt sich zunehmend zum Wirtschafts- und Wachstumsmotor des Landes. Die Arbeitslosigkeit dort liegt etwa ein Prozentpunkt unter dem Durchschnitt Westdeutschlands. Zentren von Bildung und Forschung im Freistaat sind Jena mit der viertgrößten Universität der neun Bundesländer, Erfurt und Ilmenau mit seiner Technischen Universität. Thüringen weist eine hohe Dichte an Kulturstätten von nationalem und internationalem Rang auf. Zum UNESCO-Welterbe gehören das klassische Weimar, das Bauhaus in Weimar und die Wartburg bei Eisenach. Die Landeshauptstadt besitzt mit dem Dom, der Krämerbrücke und der ältesten erhaltenen Synagoge Mitteleuropas bedeutende kulturhistorische Städten. Geografie Thüringen liegt in der Mitte Deutschlands und grenzt an die Länder Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Der Freistaat Thüringen gehört wie auch Sachsen und Teile Sachsen-Anhalts zur Region Mitteldeutschland. Als Ergebnis einer satellitengestützten Landesvermessung 2007-2008 wurde der Mittelpunkt Thüringens auf dem Gebiet der Gemeinde Rockhausen im Im Kreis bei den Koordinaten 50 Grad 54 Minuten 12 Sekunden Nord, 11 Grad 1 Minute 35 Sekunden West, 50.90.333.333.331,0263888888889 etwa 8 Kilometer südlich des Erfurter Doms ermittelt. Die Landschaft in Thüringen ist sehr unterschiedlich. Im äußersten Norden befindet sich der Harz. In südöstlicher Richtung schließt sich ein als Goldene Aue bezeichnetes Gebiet an mit dem fruchtbaren Tal des Flusses Helme. Im Nordwesten befindet sich das Eichsfeld, eine teilweise bewaldete Hügellandschaft. In der Mitte des Landes liegt das flache, sehr fruchtbare Thüringer Becken. Diese Region zählt zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands. Erste Ortsgründungen sind hier bereits seit dem Jahr 704 belegt. Das Thüringer Becken wird von verschiedenen kleinen Höhenzügen umringt, so der Dün im Nordwesten, die Hainleite und die unmittelbar nördlich davon gelegene Windleite sowie der Kyffhäuser im Norden, Schmücke, Hohe Schrecke und Finne im Nordosten, dem Ettersberg im Südosten, der Fahnerhöhe im Süden und dem Heinich im Westen. Der Nationalpark Heinich ist der einzige Nationalpark des Landes. Südlich des Thüringer Beckens befindet sich das hügelige Vorland des Thüringer Waldes, schließlich der Thüringer Wald selbst, als größtes Gebirge im Land. Östlich geht der Wald nahtlos ins Thüringer Schiefergebirge über, welches wiederum südöstlich im Landkreis Sonneberg in den Frankenwald übergeht, der jedoch nur zu kleinsten Teilen in Thüringen liegt. Diese Mittelgebirgskette wird vom Rennsteig dem Kammweg durchzogen. Er stellt die Wasserscheide zwischen Elbe im Norden und Weser bzw. Rhein im Süden dar. Östlich von Wald und Becken verläuft das Saaletal. Jenseits der Saale liegt im Norden das Thüringer Holzland, im Süden das Vogtland und im Osten das Osterland. Im Gegensatz zu den erstgenannten ist das Osterland um Altenburg wenig bewaldet und sehr fruchtbar. Im südlichen Landkreis Sonneberg nördlich der Kreisstadt Sonneberg verläuft die fränkische Linie. Diese trennt in Thüringen den Frankenwald vom obermainischen Hügelend. Südwestlich des Thüringer Waldes in Südthüringen liegt das Werra-Tal, gefolgt von der Rhön im Westen und dem Grabfeld im äußersten Süden. Die wichtigsten Flüsse des Landes sind die Werra im Westen und die Saale im Osten. Größere Zuflüsse der Saale sind die Unstrut, die Ilm und die Weiße Elster. Im Nordwesten des Landes entspringt die Leine. Eine Besonderheit der geografischen Namen in Thüringen ist es, dass die Stadt Gerra an der Weißen Elster liegt und mit dem Fluss Gerra nichts direkt zu tun hat. Die höchste Erhebung im Land ist der große Bierberg im Thüringer Wald mit 983 Metern Höhe. Weitere hohe Berge sind der Schneekopf, der große Finsterberg und der große Inselsberg. Der höchste Punkt von Thüringen misst 1.060 Metern über einen und befindet sich auf dem Bläsberg im Landkreis Sonneberg. Niedrigste Punkte sind das Unstrutal zwischen Wirr und Rosleben, das Saaletal bei Großheringen, das Werra-Tal bei Linnewehr und das Pleißetal bei Treben. Thüringen liegt in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas bei vorherrschender Westwindströmung. Da zwischen den westlichen Meeren und dem Freistaat bereits einige schützende Mittelgebirge liegen, ist das Klima Thüringens kontinentaler als im Westen und Norden Deutschlands. Dies zeigt sich vor allem durch kältere Winter und trockenere Sommer als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Innerhalb Thüringens bestehen sehr große klimatische Unterschiede. Begünstigt ist vor allem das Thüringer Becken in der Landesmitte. Es ist von Gebirgen umgeben, so dass dort die geringsten Niederschlagsmengen Deutschlands fallen. Der Rekord hält Straußfurt mit 242 mm Jahresniederschlag im Jahr 1911. Normal sind im Thüringer Becken 400 bis 500 mm Jahresniederschlag bei einer Jahresmitteltemperatur von 8,5 Grad Celsius. Die Hügelzonen im Land liegen klimatisch etwa im deutschen Durchschnitt. So fallen in Gera 624 mm Niederschlag bei einer Temperatur von 7,8 Grad Celsius. Ein ungünstiges Klima weisen in Thüringen die Gebirgszonen auf. So werden auf der Schmücke im Schnitt 1289 mm Jahresniederschlag bei einer Temperatur von 4,4 Grad Celsius gemessen. Hier liegt die Januartemperatur bei minus 4 Grad Celsius und die Julitemperatur bei 12,8 Grad Celsius. In Atern am Nordrand des Thüringer Beckens liegen die Werte dieser Monate bei minus 0,7 Grad Celsius und 17,6 Grad Celsius. Regelmäßige Naturkatastrophen in Thüringen sind insbesondere Hochwasser und Stürme. Hochwasser tritt meist bei VB-Werterlagen auf, bei denen große Tiefdruckgebiete mit feuchter Mittelmeerluft über die Atria, Österreich, Tschechien und Polen nach Norden ziehen und durch ihre Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn heftigen Stauregen am Thüringer Wald und Schiefergebirge verursachen. Die Gefahr durch Hochwasser infolge von schneller Schneeschmelze ist demgegenüber weniger groß, da die Höhenlagen des Thüringer Waldes in viele verschiedene Flüsse entwässern. Nach der Wiedervereinigung wurde der Hochwasserschutz durch Ausweisung entsprechender Flächen und die Anlage von zahlreichen Rückhaltebecken auch an kleinen Flüssen deutlich verbessert. Stürme sind besonders für die Gebirgsregionen problematisch, da die durch Umweltverschmutzung des 20. Jahrhunderts geschädigten Fichtenmonokulturen dort anfällig für Windbruch sind, was sich zuletzt bei Orkan Küril zeigte. Durch eine Erhöhung der Artenvielfalt im Forstbetrieb sollen die Auswirkungen zukünftiger Stürme hier reduziert werden. Wenn der Klimawandel wie prognostiziert zu einer unregelmäßigeren Niederschlagsverteilung führt, sind die Tieflagen im Thüringer Becken einer höheren sommerlichen Dürregefahr ausgesetzt, da die Niederschlagsmengen hier recht gering sind. Hierauf versucht die Landwirtschaft durch das Ausweichen auf trockenheitsresistentere Sorten zu reagieren. Die geologische Situation in Thüringen ist gekennzeichnet durch eine große Vielfalt geologischer Formationen. An der Oberfläche bzw. den bodennahen Bereichen lassen sich in den verschiedenen Regionen des Landes fast alle Schichten des Phanerozuicums, das heißt der letzten 500 Millionen Jahre nachweisen. Bezogen auf die Entstehungsgeschichte wird Thüringen in vier sogenannte Strukturstockwerke gegliedert, die nach ihrem Alter geordnet in den jeweiligen Regionen dominierend auftreten. Das herzynisch ausgerichtete Grundgebirgstockwerk im Thüringer Schiefergebirge, das zum Saxo-Theringikum gehörende Übergangs- bzw. Molasse-Stockwerk im Thüringer Wald, das Tafeldecke-Bürgstockwerk im Thüringer Becken und im südwestthüringischen Triassgebiet, das Lockergesteinsstockwerk im Weißelster Becken. Während die geomorphologische Gestalt Thüringens im Süden und Westen fast ausschließlich durch tektonische Vorgänge und Erosion durch Niederschläge bestimmt ist, kam es vor etwa 400,000 zu 320,000 Jahren im Norden und Osten zu einer Überformung dieser Strukturen durch die Elsterkaltzeit. Demgemäß erfolgt eine Aufteilung des Landes aus geomorphologischer Sicht in fünf äußerlich abgrenzbare Gebiete. Das Thüringer Gebirge bestehend aus Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge, die Zechstein- und Triass-Landschaften des Thüringer Beckens und Südthüringens, die südthüringischen Vulkanigebiete, der Küffhäuser und der thüringische Anteil des Harzes, das Altenburg-Moisel-Witzer-Gebiet, das durch Braunkohletagebau und Überreste des in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgten Uranbergbaus gekennzeichnet ist. Innerhalb der Zechstein- und Triass-Landschaften prägen neben flachen Gebieten zahlreiche Störungen das Landschaftsbild, von denen die Eichenberg-Gurter-Saalfelder-Störungszone, die das Thüringer Waldvorland vom Thüringer Becken abgrenzt, die längste und auffälligste ist. Im Zechstein-Gebiet im Bereich von Wehr-A und Wipper finden sich größere Salzvorkommen, die besonders im 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Im Bund-Sandsteingebiet des Saale-Tails bei Jena sind zahlreiche geologische Phänomene zu beobachten, ausgehend von der im späten Mittelalter vor allem im Bereich des Thüringer Gebirges beginnenden Gewinnung von Bodenschätzen wie Eisenerz, Kupferschiefer oder Gold entwickelte sich in der Region bereits im 16. Jahrhundert eine theoretische Verarbeitung praktisch-geowissenschaftlicher Erkenntnisse. Im Jahr 1796 entstand mit der Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena die erste geowissenschaftliche Vereinigung überhaupt. Sie entstand auf Anregung Goethes, der von 1803 bis 1830 ihr Präsident war. Aufgrund anhaltender tektonischer Vorgänge kommt es im Südosten Thüringens gelegentlich zu kleineren Erdbeben. Diese werden seit Anfang des 20. Jahrhunderts von der Universität Jena beobachtet. Heute befindet sich im Osten des Thüringer Schiefergebirges das Geodynamische Observatorium MUXA der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie das Zentrum für die Ingenieuranalyse von Erdbebenschäden der Bauhaus-Universität Weimar zur Untersuchung und Bewertung möglicher Folgen von Erdbeben. Nicht nur in diesem Gebiet Natur und Landschaft durch den vielgestaltigen geologischen Untergrund und dem Einfluss der Mittelgebirge auf das Lokalklima kann in Thüringen eine Vielzahl von Pflanzenarten mit unterschiedlichen ökologischen Ansprüchen wachsen. Eine naturräumliche Gliederung Thüringens unterscheidet die sieben Naturraumtypen Mittelgebirge, Bund-Sandstein-Hügelländer, Musche-Kalk-Hügelländer, Basalt-Kuppen-Land-Acker-Hügelländer, Auen- und Niederungen sowie Zech-Steingürtel-Angebirgsrändern. Innerhalb dieser Naturraumtypen werden 38 einzelne Naturräume unterschieden. Der Naturraum Thüringer Gebirge wird zudem in acht Untereinheiten gegliedert. Die potenziell natürliche Vegetation Thüringens besteht aus Wäldern, die je nach Standortverhältnissen in verschiedene Typen unterschieden werden könnten. Am weitesten verbreitet wären von der Rotbuche dominierte Buchenwälder, dabei vor allem Hein Simsen, Waldmeister, Waldgersten und Orchideenbuchenwälder. Nur wo die Standortbedingungen weniger ideal sind, könnten auch andere Baumarten dominieren. So wären in den trockenwarmen, kontinental geprägten Gebieten des zentralen Thüringer Beckens die Traubeneiche, Stieleiche, Heinboche und die Winterlinde häufiger zu finden. In den Mittelgebirgen hingegen wären neben der Rotbuche der Bergerhorn die gemeine Fichte und die heute seltene Weißtanne zu finden. Nur in den höchsten Lagen des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges wären Fichten Buchenwälder zu finden. Die aktuelle Flora und Fauna sind der deutschen Kulturlandschaft angepasst. Durch die Nutzung des Menschen besteht die Vegetation vor allem aus Wäldern, Grünland, Äckern, Siedlungen und Gewässern. Etwa ein Drittel der Landesfläche ist von Wald bedeckt. Thüringen zählt damit zu den waldreichen Bundesländern. Davon sind jedoch nur 30% naturnahe Laubwald. Prägend sind vor allem Nadelholzforste, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt wurden. Die Landesforstverwaltung ist jedoch bestrebt den Laubholzanteil wieder zu erhöhen. Nachdem der Orkan Kyrill im Januar 2007 vor allem im Thüringer Wald massive Schäden anrichtete, wurde bei der Aufforstung teilweise wieder auf den heimischen Buchen-Eichenmischwald anstelle von Fichtenmonokulturen zurückgegriffen. Hauptbaumarten in Thüringen sind Fichte mit 42,6%, Rotbuche mit 20,1% und Waldkiefer mit 15,7%. Die Wälder sind jedoch nicht homogen zusammengesetzte Mischwälder. Den Standorten entsprechend sind die Mittelgebirgslagen des mittleren und östlichen Thüringer Waldes, des thüringischen Schiefergebirges und des Harzes überwiegend mit Fichte bestockt. Kiefernforste sind in den Buntsandsteinländern, so im Holzland, verbreitet. In den Muschelkalkgebieten, darunter im Heinig, im Dün und in der Heinleite, aber auch im nordwestlichen Thüringer Wald dominieren Buchenwälder. Das Grünland ist vor allem durch Trocken- und Halbtrockenrasen geprägt. Artenreiche Frischwiesen in den Hügeländern sind stark zurückgegangen. Ein großer Anteil frischer und feuchter Wiesen wird als Rinderweide genutzt. Die Wildkatze hat im Nationalpark Heinig und im Tal der Weißen Elster, zwischen Greiz und Wünschendorf erneut ihren Habitat gefunden. Durch den Harz im Norden des Landes streift wieder der Luchs. In den Naturschutzgebieten des Landes bestehen Vorkommen selten gewordener Vogelarten, unter anderem des Birkhuns, des Schwarzstorchs und des Wachtekönigs. Bedingt durch den Industrieschmutz, der zwischen 1850 und 1990 ausgestoßen wurde, waren Teile Thüringens am Ende dieser Periode stark geschädigt. Seitdem konnten diese Schäden teilweise abgemildert werden. So wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronneburg der ehemalige Urantagebau in Ronneburg saniert und versiegelt. Es entstand die neue Landschaft Ronneburg. Eine weitere Altlast ist der Tersee in Rositz bei Altenburg, von dem eine enorm hohe Gefährdung der Umwelt ausgeht. Insgesamt hat die Belastung der Luft und der Gewässer jedoch erheblich abgenommen. Einzig die Vera ist bedingt durch den hessischen Kaliabbau unterhalb von Dorndorf noch derart versalzen, dass viele Pflanzen und Tiere nicht überleben können. Zu Pfingsten 2007 erhielt der Konzern Kali und Salz AG eine Genehmigung. Salz aus einer Halde in Neuhof bei Futter bis zur Ausreizung des Grenzwertes in die Vera zu leiten. Die Salzkonzentration der Vera und der anschließenden Weser war zu DDR-Zeiten noch deutlich höher als heute. Als bedeutende Naturschutzgebiete bestehen in Thüringen der Nationalpark Heinig, die Biosphärenreservate Rhön und Fässertal-Thüringerwald sowie die Naturparks Eichsfeld-Heinig-Werr-Tal, Köffhäuser, Thüringer Schiefergebirge, Obere Saale und Thüringerwald. Zentrale Bereiche des Nationalparks Heinig zählen seit ihrer Anerkennung durch das Welterbekomitee am 25. Juni 2011 zu den 36 Welterbestätten Deutschlands.